Es ist ein Bild, so alt wie die Zeit. Ein Baby in weißer Windel, gebracht vom Storch. Wie drollig. Aber wir hier auf Storch Mountain nehmen es mit der Babylieferung sehr ernst. Und heute enthülle ich unsere neue, unverbesserte Menschenbaby-Produktionsanlage. Wir haben das Verfahren rationalisiert und perfektioniert mit einer Nullfehler-Arbeitsablauf-Innovation. Patent geschützt. Unter Einsatz fortschrittlichster Technik, gepaart mit über 75 Jahren hart erkämpfter Erfahrung, wurde unser neues Verfahren beschrieben als perfekt, präzise, fehlerfrei, ideal, makellos, null Problemo, idiotensicher, systemrelevant, das Gegenteil der Titanic. Wir arbeiten hart, sodass Sie die vier kostbarsten Worte der menschlichen Sprache vernehmen können. Also, falls Sie sich ein Baby wünschen, zählen Sie auf den Storch-Lieferservice. Sie machen den Plan, wir halten den Plan und liefern immer. Was war das? Oh nein! Ein Fehler. Ja, 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 ja!